Einen Floschen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video stelle ich euch ein weiteres Griefer Games Projekt vor. Dies ermöglicht es euch, Items oder auch Materialien zu besorgen, ohne dass ihr selbst dafür handeln oder bzw. farmen müsst. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch in diesem Video. In diesem Video geht es um Griefer Liefer. Wenn ihr das Ganze noch nicht kennen solltet, das Ganze ist ein Lieferdienst, könnte man sagen, auf Griefer Games. Ihr könnt dort Bestellungen aufgeben, je nachdem was ihr braucht und wie viel Budget ihr habt. Das Ganze sollte natürlich zusammenpassen von Preis und Material bzw. Items. Denn wenn ihr eine Bestellung aufgebt, dann tut sich ein Mitarbeiter dort drum kümmern. Sagt, jo hier habe ich besorgt, bei Erhalt der Ware überweist ihr dann das Geld und somit erspart ihr euch den ganzen Beschaffungsprozess. Wie das Ganze im Genauen funktioniert, zeige ich euch jetzt. Dafür müssen wir natürlich auf dem Griefer Liefer Discord sein. Link dazu natürlich unten in der Videobeschreibung. Hier haben wir einen Channel, der nennt sich Deine Bestellung. Den finden wir unter Kisten slash Admin Items. Es gibt natürlich darüber auch noch das Ganze für Material. Das bedeutet, wenn ihr jetzt sonst wie viel Holz oder Ton braucht, dann tut ihr das in diesem Ticket machen. Wenn ihr jetzt bestimmte Kisten bzw. Admin Items, wie zum Beispiel Beacons, Dracheneier, sowas bestellen wollt, dann in diesem Ticket. Jetzt wollen wir eine Bestellung aufgeben. Dazu klicken wir hier unten, geben eine Reaktion ab und in diesem Moment wird hier ein Ticket erstellt. Jetzt steht hier, hallo der Teddybär, unser Team wird sich gleich um dich kümmern. Dann bitte schreibe in der Zwischenzeit dein Problem und des Tickets Griefer Liefer Bestellung. Damit wir deine Bestellung so schnell wie möglich und reibungslos abwickeln können, musst du folgendes antworten. Erstens den Ingame-Namen. Man muss ja wissen, an wem wird denn hier geliefert. Bedeutet erstens der Teddybär. Das gewünschte Plot und den City-Bild, falls eine Lieferung eben erwünscht ist, das würde ich sagen, ist in diesem Fall mein City-Bild 4. Mein erstes Plot. Bedeutet C, B, 4, Slash, P, H, der Teddybär. Drittens meine Bestellung. Was wollen wir bestellen? Ich würde jetzt hier mal vorschlagen, wir bestellen einmal 5 mal Beacons und der Maximalpreis und ganz wichtig pro Doppelkiste bzw. Item. Heißt, wir wollen 5 Beacons bestellen, tun jetzt aber unseren Maximalpreis für einen einzigen Beacon reinschreiben. Daran würde ich euch empfehlen, entweder am Forum oder Grieferwert. Auf Grieferwert stehen aktuell Beacons 1,8 bis 2,2k pro Stück. Das variiert natürlich, deswegen immer informieren. Ich würde euch empfehlen, nicht den Minimumpreis zu nehmen, denn der Mitarbeiter muss das natürlich beschaffen. Und die wollen natürlich auch ein kleines Stück vom Kuchen dann am Ende für diesen Aufwand natürlich dann auch haben. Deshalb würde ich immer so empfehlen, mindestens die Hälfte, also den Zwischenstand. Das wäre hier 2k bis eben diese 2,2k anzugeben. Bedeutet, ich schreibe jetzt einfach mal pro Beacon einen Preis von 2.100 Dollar. Wir sehen auch schon, bevor ich überhaupt eine Nachricht geschrieben habe, wird mir so euch hier schon geantwortet, Hey der Teddybär, moin, wie können wir dir weiterhelfen? Der gute Kalypso hat das Ganze jetzt hier im Ticket übernommen. Das bekommt ihr hier angezeigt, damit ihr auch wisst, welcher Mitarbeiter tut euch dann die Items liefern. Ihr bekommt dann auch eine Bestellbestätigung. Heißt, wir haben deine Bestellung aufgenommen. Ich melde mich, wenn die Ware verfügbar ist. Deshalb immer auch den Discord, euer Ticket im Auge behalten. Die Bestellung ist nun aufgegeben und als nächstes heißt es warten. Mir wurde gerade im Ticket schon recht schnell geantwortet. Fünf Beacons sind jetzt auch nicht unbedingt schwer, eben zu holen. Aber wir sehen schon, der Mitarbeiter heißt in-game auch, genau wie im Discord. In unserem Fall 700-Kalypso-007. Er hat mir auch gerade geschrieben, dass er jetzt einfach mal zu mir rumkommt. Ich habe mir auch schon eine Kiste geholt. Würde ich euch auch empfehlen, um potenziell in Scammern, die auf eurem Plot rumhauen. Oh, hier ist er schon. Rumhängen, entgegenzuwirken. Ich adde den Herren schon mal. Bedeutet, Bank abheben. 6.550. Warum dieser Preis zeige ich euch gleich. Ich tue schon mal überweisen. Genau, da wird nochmal der Preis genannt. Das Geld ist überwiesen. Und jetzt bekommen wir hier unsere fünf Beacons. Ich vergesse natürlich wieder zu removen. Und warum wir jetzt zu diesem Preis gekommen sind. Weil fünf Beacons kostet natürlich nicht nur 6,5k. Wir bekommen hier eine Auflistung. Fünf Beacons. 2,1k pro sind 10,5.000. 10% Aufwandsentschädigung sind 1050 Dollar. Abzug von deinem Coupon, den ich bei einem Refer-Liefer-Gewinnspiel mal gewonnen hatte. Der wird hier automatisch oben angezeigt. Und dann bekommen wir die Endsumme von 6.550 Dollar. Falls alles passt, würde ich das Ticket dann schließen. Akzeptieren wir natürlich, wenn alles so gepasst hat. Und dann ist sowohl Bestellung als auch Lieferung über die Bühne gebracht worden. Ganz einfach und unkompliziert. Wir werden dann auch noch auf den Feedback-Bereich hingewiesen. Damit das Team weiß, was haben wir gut gemacht. Was können wir noch verbessern. Bedeutet, jetzt tun wir zum Beispiel unserem Mitarbeiter. Das wäre der 700-Kalypso-Ping. Und dann schreiben wir zum Beispiel schnelle Bearbeitung und freundliches Auftreten. Das Ganze könnt ihr natürlich auch gern tun, wenn was Negatives ist. Dafür ist dieser Feedback-Bereich eben da. Nicht immer schreiben, ja schön war alles gut. Sondern auch das eben dort wahrheitsgemäß reinschreiben. Nur so kann sich dieser Dienst natürlich verbessern. Die 5 Beacons gibt es auch übrigens in den Kommentaren zu gewinnen. Deshalb schreibt einfach einen Kommentar. Und dann habt ihr die Chance auf diese 5 Beacons. Ansonsten lasst mir gerne ein kostenloses Abo da. Jeden Dienstag um 17 Uhr gibt es hier ein neues Griefer-Games-Video. Vergesst sich auf dem Griefer-Liefer-Discord unten in der Beschreibung vorbeizuschauen. Lasst eine Bewertung aufs Video da. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao, Leute.